Komm, wie gesagt, du machst mal ein paar Folgen, guckst, wie ist die Bilanz, ziehst einen Schluss draus und fertig. Alien, Dark Descent, spielst. Holst sie wieder und spiele. Wie gesagt, die mögen bei dir wirklich die Spiele, wo die so monoton werden, weil Tartort-Reniger ist monoton. Herzlichen Glückwunsch, du reingest in Tartort. Wo ist da bitte die Action? Das ist genauso wie diesen komischen... Wir haben schon ein Spiel, deswegen habe ich diese Bühne folgen, glaube ich. Das ist genau wie dieses komische Cleaning-Spiel da. Das ist Bullshit. Braucht kein Schwein. Will keiner spielen. Gefällt niemandem. Wie gesagt, du musst immer... Du musst auch ein Abibus sagen, okay, ich muss jetzt mal ein paar Soul-Slack-Spiele spielen. Sowas kommt halt übelst geil an, ab und zu mal. Ja, ich habe mal Elden Wing gemacht, aber... Ich bin kein Fan von Elden. Na, dann erst mal stoppst du ja bei den ersten Gegnern. Bei denen stoppst du immer bei den größeren Gegnern. Wie gesagt, ich bin auch kein Fan von Soul-Slack-Spielen. Aber bestimmte Soul-Slack-Dinger gefallen mir halt, wo ich sage, okay, ich könnte davon eine Aufnahme machen. Dann habe ich so, nee, jetzt habe ich keinen Bock, davon eine Aufnahme zu machen oder so. Ich muss das auch jetzt gucken, jetzt die Tartung, ob ich jetzt hier, wie gesagt, ob ich Spacemar-Ringsatz anfange. Und dann mag ich das auch machen. Ich habe auch noch ein anderes Spiel. Ein Nidorah heißt das, glaube ich. Das ist ein Soul-Slack, was ich gesagt habe, geschickt habe. Holst du dir, zockst. Probiere ich aus. Beißen ist auch ein Appel. Ich muss halt mal unsere Mittag mal klarkommen, kurzweilig. So, ich habe meine Ausdauer-Spurz vergessen. Egal. Ist scheißegal, brauchst du jetzt nicht. So. Oh, ich habe Schüsse gehört. Ah, die sind irgendwo links und das interessiert mich wenig. Lauf weiter, lauf einfach. Ich kümmere mich drum. Okay, wir machen uns da hin. Ja, und weil da noch eine Mutti ist. Da drüben ist ein Imp, der kommt gleich runter. Oder das oben, pass auf, das ist ein Imp. Ja, ich habe schon einen Schlag kriegen. Nee, der läuft einfach runter, das ist gut. Oder wir haben mal... Nee, sag mal, Mutti bist ich. Da meine Mutti ist, kill dich, ich habe Schlange. Ich kümmere mich da rum. Ich habe Schlange, brauchst du schon. Okay. Und ich habe es. So, Spritze reinjagen, jawohl. Und weiterlaufen. Ja, lass mich mal gucken, wo wir hin sind. Ja. Genau, holst du. Warte, ich gebe die Verteidigung. Lauf dahin, ich bin um den Rest hier. Boah, die sind großer. Ja, ich wurde dahinten. Na, warte, ich gebe die Ecke hier. Warte, ich... Nee, weg, geh weg von denen, geh weg. Der holt dich gleich. Schöne ist die, ich habe Schlange. Sag schon, geh weg von denen, Scheiß. Unnütz doch. Boah, du bist da tot. So, wir müssen jetzt, äh... Genau die Richtung, wo du schon hinlaust. Perfekt. Lauf, 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 lauf. So, bei dem Feuerend immer ins Gesicht panisch. Ja, die Scheißlinge. Wir haben ja auch mal Besorgungspunkte, dann sind wir nicht. Natürlich doof. Da wird gleich drüben sein. Und in der Greystone-Gruppe oder... Ja, das geht ja drüben links. Wir laufen wieder hin hoch. Na, Vater. Lauf, mein Freund, lauf, 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 lauf. So, Party. Was ist das denn, Scheiß? Das geht aus dem Kopf nicht rein. Das ist wie so. Was denn? Fahnsinn, Fahnsinn, gib ihm so. Genau, richtig so. Immer gib ihn in die Fresse. Der spinnt wo. Den Trommel würde locken oder was. Ich kümmere mich drum. Hier, komm, hol der, ich kümmere mich drum. Ja, du stand uns gerade noch ein Weg. So, wo ist das für jetzt? Hinter uns. Hä? Okay, darüber. Achso, los geht's. Nein, da oben. Oh! Was? Geht noch. So. Na, das ist auch cool, weil ich da andersrum komme. Laufen die weg oder sind die noch da? Weiß ich nicht. Da unten kannst du mal hingehen, da kannst du noch was holen. Da hinten ist er. Raffer. Ist er tot? Nein, nur gehittet. Das hätte ein Körper sein können. Lauf hier runter. Ist egal, lauf hier runter. Geh zu dem Punkt und hol das Zeug. Ich kümmere mich um den. Rechts runter. Leichtwiese, Schuhe, Ausrüstung noch holen. Ausrüstungsbox und fertig. Ich kümmere mich um den. Ich bin so, wo ist das Scheiß jetzt her? Da ist er. Hier ist nix. Da haben wir es doch. Ich muss mal ein bisschen zur Tide näher kommen. Nein! Vorsicht, unten ist einer. Meinst du, da drüben ist einer? Das ist gut. Lass die Gegner unter Falten. Ich hole dich zurück. Lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück. Geh da an die Ecke. Nicht schnell. Aber an die Ecke bleiben. Das sind zwei Leute, nehme ich. Hm. Warum? Die sind bei mir. Ich kümmere mich um die. Nein! Er hat mich mit der Axt gekillt. Ich kotz im Strahl. Ist einer. Lauf. Es sind die Schrotflinte. Und lauf leicht nach oben. Ducken. 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 Da oben sind sie. Links von dir. Da ist er. Links, 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 links. Nichts wohl ausrutschen. Andere Waffe, andere Waffe, andere Waffe, andere Waffe, andere Waffe, andere Waffe, andere Waffe. Kopf, Kopf, Kopf. Zu der Seite laufen. Perfekt. Perfekt. Ich will umrüsten, 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 umrüsten. Andere Waffe, andere Waffe. Niemals zu sagen, da hast du Schuss. Nein, lass es. Konnte nicht mehr weglaufen. Du hast doch nur einen Schuss mit der Waffe. Ich hatte doch, in dem Moment ist er doch weggegangen. Ja, nein. Du hattest nur einen Schuss mit der Waffe. Du hast nur einen Schuss im Grunde genommen. Außer du hast die Rival Mini, da hast du zwei Schöße. Aber du hast nur einen Schuss mit der. Das heißt, du musst dich sofort eigentlich danach zurückziehen. Oder du hättest halt einen Sperr gehabt, dann hättest du halt einen Sperr zuständig. Auch keinen Sperr. Oder zum Beispiel, du hättest einen Starkling ab ausrüsten können, in die eine Fresse punchen können, wäre auch ein Beispiel gewesen. Aber egal. Aber der hat einen Sperr gehabt. Nein, der hatte die Dingslanze gehabt. Ja, die stärker ist. Was? Das ist scheißegal. Wenn du einen Punch und den machst, ist der kurzweilig mini-Stunt und fertig. Oder eine Hit. Ja. Aber hattest du nicht den Eimblatt gemacht? Ja, aber der war dann T-Pack mal gewesen. Irgendeine Folge machen wir noch. Ja. Noch fünf Kills. Ja, ist doch gut. Du hast Pussypack, äh, Pussypacker 4 und 6 umgenockt. Und der andere, der Cry, ähm, der Rye Baby Heatro Star, der hat mich gekillt, äh, und hat dich gekillt. Ach, ist doch nicht schlecht. Ich hab die Wetterly 71. Ich hab die Wetterly 71. Die habe ich schon freigeschalten, nur jetzt mit Messer.